Das ist... Im Ernst, das müsst ihr euch ansehen. Das ist echt gut. Passt auf, es geht los. Seht euch den an. Gründlich durchgecheckt, steht sich da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten streiten sich um ein paar Daten. Die Kur haben dann noch ein paar Fragen, doch der Countdown läuft. Oh Mann, sowas könnte man sich gar nicht ausdenken. Wer ist das? Das, meine Freunde, ist unser Staatsfeind Nummer 1.